So, wir haben hier einen starken Rotarsch. 230 kg maximal und 2 bis 265 kg. Der wird so bei 245 kg vielleicht nahe liegen. Und ein Rekord auch noch. Die Pfeil ist nicht drin. So, knapp 50 Minuten. Na, warten wir noch etwas ab. Oh, stark ist die auf der Laufelder. Das sieht man auch schon im Ropen. Rausimera. 24. 24. Oh, das ist aber Zeit. Und Bauen. Kann man den Arm dann auch gleich noch mitnehmen. Ah sick. Ah sick. Ah sick. Oh schau. Está down. Ich bin zurück bei der nächsten Sichtung. So, das ist der Trophy Shot mit dem Rohrthirsch. 240er Score, etwas drüber, starkes Tier. Ja, der zählt schon zum oberen Bereich. Auf alle Fälle, der Rohrthirsch. Und ich bin dann zurück, gerade am nächsten Sichtern.